Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Und ja, es ist ja schon wieder eine Weile her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und ich weiß nur, dass wir irgendwie noch hoch ins Polizeirevier gekommen sind. Aber es werden bestimmt wieder spannende Folgen auf uns warten und ich bin echt gespannt. Hier hatten wir, glaube ich, schon alles durchgesucht. Wir hatten überall geguckt und hatten gespeichert. Ich glaube, soweit waren wir. Ich muss mal kurz gucken, wie war das mit den Tastaturen. So kommen wir ins Momentar, Munition haben wir auch noch ein bisschen. Oh ja. So, wir haben den Film und den Schlüssel. Warum habe ich denn? Zwei Mäuse? Okay, egal. Den Autoschlüssel, den brauchen wir anscheinend auch noch, war? Den haben wir nicht benutzt, sonst wäre abgehakt, ne? Okay, sollten wir vielleicht wieder runtergehen. Was mussten wir denn jetzt machen? Ich wüsste es ja nicht mehr. So. Wir sind, glaube ich, von da unten gekommen, ne? 21 Schuss. Können wir mal nachladen. Sicher ist sicher. Puh, Mann. Der kickt noch so raus. Wir haben kein Holz, wa? Ne, haben wir nicht. Kalkt ihre Sicherung an den Kopf schmeißen. Ach, ist ja blöd. Puh, Alter. Was ist denn hier los? Das fängt ja echt süß an, ne? Der kommt jetzt natürlich drin, ne? Das kostet doch wieder viel zu viel Munition. Ich bin unzufrieden. Der schlägt garantiert wieder auf. Der ist so im Dunkeln. Ich seh den hier auch nicht. Ich hoffe ja nicht, dass die tot sind, ne? Der eine zuckt noch ganz, ganz... Das ist mir egal. Was, noch einer? Das wird nicht der Polizist. Das ist der Polizist, ne? Wir sind auf der anderen Seite. Ach, er schießt wieder. Wie sonst wer. Nur noch mal zur Sicherheit. Oh! Mann! Aua! So, bleib jetzt liegen. So, jetzt hast du es aber hinter dir, ne? Hatte ich irgendwie eine Taschenlampe oder sowas? Ah, hier brauchen wir die Sicherung. Ach, Messer. Cool. Endlich wieder Messer. So, Sicherung. Für hier brauchten wir die? Brauchten wir die nicht für irgendwo anders? Ach, da ist unser Kollege. Genau, wir hatten ja den Oberkörper durchgezogen. Ich erinnere mich. Der lebt noch, ne? Natürlich lebt der noch. Haben wir zufällig noch einen Heilgiel da? Nur das ganz Gute, ne? Den will ich aber nicht benutzen. So, wir haben ja jetzt hier alles frei, ne? Ich renne mal kurz zurück und speichere mal. Ich will jetzt nicht unbedingt unser gutes Heilmitte benutzen. Speichere ich lieber hier nochmal. Weil ich glaube, jetzt passiert eh erstmal nichts. So, wo können wir denn speichern? Letztes Mal um drei Uhr aufgenommen. Jetzt haben wir, glaube ich, 21.30 Uhr oder sowas. Mal ein bisschen früher aufnehmen. Damit ich auch mal wieder ein paar Folgen habe. Ach, das war der Lichtschalter, oder? Ach, jetzt nimmst du eine Taschenlampe? Ernsthaft? Und da hinten, wo man nichts gesehen hat, nimmst du keine? Genau, der nimmt die allein. Die scheine haben nicht. Ach, na komm, hör doch mal auf, ey. Ey, ich drücke Space, Mann. Darf ich doch das gute Zeug nehmen? Jetzt nehm ich doch das gute Zeug. Toll. War ja klar nochmal. Nee, wa? Komm, hauen wir uns das gute Zeug drin. Ich wusste, dass das irgendwann mal gut wird. Wo waren wir hier, wo waren wir draußen, ne? Oh. Die Zombies sind weg. Aber wir kommen trotzdem nicht durch. Finde ich ja doof. So, wir konnten nochmal auf die Karte gucken. Hier hinten ist noch irgendwas in dem Raum. Okay. Haben die jetzt noch gelebt? Ich wüsste die ja nicht mehr. Okay, sind weg. Sehr schön, dass die weg sind. Und hier soll noch irgendwo etwas existieren. Den Kaffee kann ich nicht nehmen. Schade eigentlich. Kaffee wäre lecker jetzt. So, die Sicherung haben wir reingemacht. Die tropfen da hinten rum. Ich weiß noch nicht, ob einer von denen was bei hat. Lebt der jetzt hier auch wieder? Warum frag ich eigentlich? Ey, so ein schöner Schuss im Hinterkopf, ja? Und du bist nicht tot. Verdammt, meine schöne Munition, ey. Wäre noch zu brutal, oder? Jetzt habe ich dir den Fuß geschossen, weil der da vordringeln musste. Alter, du stirbst. Der stirbt einfach nicht, ja? Habe ich ihn doch getroffen? Ups. So, was ist denn hier noch, was ich machen kann, dass das hier hoch war? Ah, Munition. Zwei Schuss. Alter, hat sich das gelohnt. Oh Gott. Und dafür nochmal vier Schüsse aussehen. So, hier durfte ja keiner mehr leben, ja? Achso, du. Naja, komm. Hör mal auf. Hat jetzt hier schon wieder geklopft, oder? Wir sind hier. Wir müssen hier durch, war. Und dann sind wir hier wieder in der Eingangshalle, ne? Dann hatten wir hier oben noch ein paar Sachen, die wir machen mussten. Und... Oh, Tiefgarage haben wir noch eine ganze Menge zu machen. Aber wir hatten jetzt irgendeinen Schlüssel. War das hier für den Wachraum? Oder Wäscheraum? Wäschekammer? Glaube ja, ne? Da will ich mal hingehen. Einfach mal gucken. Oh, hier existiert ja nichts mehr. Aber ich habe langsam echt ein bisschen Schiss, dass wir mit der Munition nicht hinkommen werden. Das macht mir echt Sorgen. So, wo warnt der jetzt? Oben, ne? Oder... Ne, unten war die Tiefgarage. Oben. Also durch die Bibliothek. Gleich links so rum. Und dann da. Und hier war das Vieh. Mussten wir aufpassen, ne? Haben wir noch Munition in unseren Superkasten hier? Ne, ne? Wir haben noch das gute Schießpulver. Das bringt uns... Oder Schwarzpulver. Keine Ahnung. Handgranaten haben wir noch. Ne, wir haben noch das sehr gute... Ach, ja. Okay. Hier haben wir auch noch ein Holzbrett. Gut, aber das bringt uns... Blendgranate. Ja, ich weiß auch nicht wozu. Ein Erste-Hilfe-Spray könnten wir vielleicht nochmal mitnehmen, wa? Uns passiert bestimmt was auf dem Weg. Kann ich garantieren. Gut, dann gehen wir mal hoch. Und gucken mal in den Räumchen. Was war da drin? Äh, warum ist denn das wieder zu? Oh nein. Verdammt. Ich beende das, Lieutenant. Versprochen. Ja, sehr gut. Hat er uns wenigstens was da gelassen? Irgendwie so? Nö, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Ich frage mich jetzt, ob wir hier überhaupt richtig sind. Oder ob wir in einer Tiefgarage erstmal weiter hätten rumeiern sollen. So, hier ist die Bibliothek. Und da mussten wir ja aufpassen, der ist da auch durchgekommen durch die Tür, ne? So, wir waren schleichen. Konnten wir nicht irgendwie schleichen? Souverän. Ganz schlechte Idee. So, genau den Schlüssel haben wir nämlich. Können wir den auch nutzen? Da können wir mal reingucken, wenn wir schon mal da sind. Okay, hier gibt's was. Oh, sehr schön. Schwarzpulver ist immer gut. Was haben wir hier? Oh, wir hatten das funktioniert. Mit Tönen irgendwie so, ne? Kann ich nicht benutzen. Oh, so. Okay, der funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht. Oh, die beiden funktionieren so. Jetzt habe ich mich aufgepasst. War da schon einer bei, der oben geleuchtet hatte? Warte mal, gucken wir mal kurz. Das ist der nächste. So, also erst mal du, 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 nein. Du, ne? Du, nein. Ich werde ja irre. Welcher ist der? Hab ich das jetzt noch drauf? Ich hab keine Ahnung. Ah, du? Ah, das ist der letzte. Okay, du warst das, ne? Nein, also du. Okay, jetzt, jetzt haben wir das jetzt. Das ist ja kein Problem hier. Ich hab jetzt schon vergessen, welcher der nächste war. Der. Alter, mein Kopf ist nicht der Beste. Muss ich mal ehrlich sagen. Du, nein, du. Mann, Alter, kann doch nicht wahr sein. Ich hab schon wieder keine Ahnung, welcher. Der. Was war denn der? So, zack, zack, befolgt wieder aus dem Konzept. Ah, Alter, da war. Jetzt wird's aber kriminell. Gut. Du bist der letzte. Gibt's wenigstens was Schönes, ey? So ein Kopfspielchen hier. Oh ja, es gibt was sehr Schönes. Es gibt was sehr Schönes. Da kriegen wir bestimmt noch Munition raus und eine Tasche und so. Wir könnten vielleicht noch mehr Plätze benutzen. Ach, das tut. So, hier haben wir alles. Wo war denn der Raum? Der war unten, ne? Hier sind die Schließfächer. Ich hoffe, diese fiese Monster ist jetzt nicht hier vor der Tür. Weil hier sind wir ja schon mal tot hier. Der ist auch nicht durchgekommen. Das ist super. Gut, der ist gar nicht da. Noch besser. Ach, naja, dann bin ich ja schon weg. Dann bin ich ja weg. Ups. Dann können wir mal in den Raum gucken. Unten dürfte auch nichts mehr los gewesen sein. Wenn sich nichts geändert hat. Wie war denn das? Wenn wir jetzt hier durch... Hier kommen wir ins Büro, oder wie? Genau. So, die durften ja nur nicht leben. Die haben ja mehrere Schüsse mittlerweile. Uah! Alter, was war denn das? Oh, Schock fürs Leben, ey. Aber komme ich hier jemals lebend raus? Alter, Verlust. So, benutzen. Ja, hau rin. Oh, was haben wir denn noch? 1,03 ist ein Messer. Hab Angst, jetzt rauszugehen. Glocke. Das ist schlecht. So, wir kriegen nur ein Messer und das ist so toll. Also, 2,03. Fangen wir erstmal so an. Ähm. 2, 0, 3. Bänder. Wieder einmal öffnen. Dankeschön. Was war das andere? 1,03. Ich probiere es einfach mal. 1,10, 3. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Ja. Super. Okay, dann müssten wir den Raum auch fertig haben. Falls wir jetzt rauskommen. Ist ja so eine Sache. So, Gürteltasche. 2 Plätze mehr. Sehr schön. Sehr schön. Fällt mir sehr gut. So, Messerchen. Dass hier auch keiner mal vorbeikommt und nochmal so ein bisschen Munition reinpackt. So, wir haben unten alles fertig außer den Raum. Besprechungsraum. Ich erinnere mich nicht mehr daran, was da war. Aber ich will jetzt hier unten auch nicht rumlaufen, weil ja dieses komische Viech da war. Ich hoffe, ich komme gleich wieder ins Büro hier rannt und wieder raus hier. Hier oben haben wir die Bibliothek, hatten wir noch. Hier brauchten wir irgendwie eine Smartkarte. Da, keine Ahnung. Im Warteraum ist auch noch was. Feuerleiter. Wir haben die Kurbel, ne? Wir könnten hier aufkurbeln. War das so? Ich glaube ja, ne? Also raus in die Eingangshalle. Eins hoch und rüber. Okay, das machen wir jetzt. Obwohl, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir sehen, was da draußen rumläuft. Ich freue mich schon drauf. Wahrscheinlich sterben wir gleich. Ja. Ich kenne mich. Na gut, ich hoffe, ihr seid trotzdem mit dabei. Jetzt reiß ich meine Tasten hier ab. Na toll, ey. Ups. Was passiert? Nö, gut. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich bin schon echt gespannt, was mich jetzt hinter der Tür erwartet. Na gut, tschüss und bye bye.